es ist die zeit der blue chips der dax beispielsweise als einvertreter dieser kategorie kennt kein halten mehr der heutige tag noch mal wieder schon mit einem gap aufgemacht anschließend sogar noch weiter nach oben ihr seht das hier die tageskerze ja was soll man sagen die marktteilnehmer wollen das zeug haben also kaufen sie ist auf gedeih und verderb der von mir immer wieder angedeutete rücksetzer der steht natürlich nach wie vor aus aber es gibt nach wie vor nur indikation dafür dass das direkt bevorsteht also achtet darauf es gibt zwar einen ansatz wonach früher oder später dieser rücksetzer erfolgt aber aktuell sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht im gegenteil jetzt sind wir so dicht auf das jahres beziehungsweise auf das allzeithoch vorgeschritten hier fortgeschritten ich gehe noch mal hier ein bisschen raus und seht es im wochenchart dass ich fast davon ausgehe naja jetzt werden wir das wohl auch noch erreichen denn klassisch ist wenn der markt in der nähe einer solchen hochmarke ist dann versuchte die auch zu reißen das ist zumindest mal nicht außergewöhnlich also erwartungshaltung tatsächlich dass der markt noch ein bisschen weiter geht ist nicht unrealistisch vorsichtig ich weiß dass viele dann sagen mensch wenn du das jetzt erwartest dass er das doch gerne macht dann kann ich ja jetzt hier noch einsteigen dieser gedankengang ist zwar nachvollziehbar aber gleichermaßen unprofessionell denn die wahrscheinlichkeit dass das passiert ist ja nicht sicher es ist nur recht typisch dass das passiert nur wo wollt ihr das ganze ding stoppen das ist das große problem was man mit dieser marktsituation hat ich weiß da wird wollen sich die meisten nicht auseinandersetzen sagen nee nee stoppen ich will ja gar nicht gestoppt werden ich will ja nur den gewinn haben blöderweise funktionieren märkte halt so nicht ihr müsst euch irgendwie einstellen da drauf wenn ihr es einigermaßen vernünftig und konsistent umsetzen wollt denn wenn der markt falsch rum läuft wollt ihr ja nicht das ganze konto verlieren wieder sondern vielleicht einen kleinen betrag wo ihr sagt das geht in ordnung deshalb jetzt hier trotz dieser aussage die ich gefällt habe und ich glaube das ist die durchaus gerechtfertigt ist die aussage dass wenn der markt in der nähe einer solchen hochmarke eben gerät deuten was hier noch mal an das allzeit hoch hier das auch mal hoch wenn wir da in diese nähe geraten dann werden wir diese marke typischerweise durchaus erreichen und sogar noch ein bisschen überschießen aber jetzt einsteigen ich finde es nicht gut an dieser stelle einzusteigen selbst wenn man sagt mensch würde da haben wir doch noch 150 punkte nach oben die sollte man doch noch mitnehmen wo liegt dann euer stopp so und dafür ist es dann wichtig dass man auf eine kleinere zeitebene runter geht allerdings auf tagesebene gibt es keine rücksetzer vernünftigen auf vier stunden chart oder stunden chart gibt es keine vernünftigen rücksetzer einzig im intra der fünf minuten chart beispielsweise sieht man zumindest mal mit wohlwollenden auge dass der markt immer noch zwischendurch mal korrektiv nach unten geht und das ist eigentlich so das einzige was man machen kann dass man sagt okay wenn der markt eben uns auch wenn es vielleicht nicht super perfekt ist aber irgendwie korrektive abwärtsrichtungen ich habe so noch hier vorne einen ausgelassen bietet dass man dann sagt wenn diese seite doch immer noch so super stark ist diese seite immer noch so super korrektiv ist dass man entweder hier unten oder an solchen zwischenmarken einstiege sucht dann hat man wieder ein klar definierte stop weite und dann kann man sagen mensch hier ich riskiere hier von mir aus 30 40 punkte und gewinne auf der anderen seite 150 wenn dieses hier noch tatsächlich stattfindet oder vielleicht sogar noch mehr wenn er ja noch ein bisschen deutlicher überschießt aber greift dort auf den kleineren chart einheit zurück das könnte uns heute nachmittag noch mal wieder passieren ihr seht wir sind stark auf dem weg nach oben wackelig runter wäre jetzt klasse wird wahrscheinlich beim dax index heute tagsüber wohl nicht mehr passieren so lange ist er nicht mehr aber ihr könnt natürlich auch beim future gucken ob das hier im nachgang vielleicht sogar noch im abendhandel ein bisschen korrektiv runter geht dann hätten wir abermals steile aufwärtsseiten und wackelige abwärtsseiten und dementsprechend chancen für noch mal nach oben also nutzt solche szenarien um dann einen konkreten einstieg zu finden ich weiß dass viele sagen ich will nicht so sehr im kleinen chart gucken aber ich bin kein großer freund davon hier einfach spontan long zu gehen im sinne von ah das macht er bestimmt weil ich keine definition für mein risiko habe wie groß das ist und ich kann euch sicher sagen aus persönlicher eigene erfahrung und auch aus vielfacher erfahrung sowohl im bereich von privaten händlern als auch bei institutionellen händlern dass das früher oder später mal in die hose geht und dann ist gleich land unter große gefahr für das portfolio das solltet ihr nicht eingehen denkt da immer dran ein trader versucht immer die risiken im blick zu haben braucht also irgendwelche risiko größen wo er seine stops hinterher zieht eine andere variante ist dass ihr natürlich sagt okay ich habe mich jetzt entschieden ich ziehe den stopp hier hinterher aber da seht ihr schon dann wäre eure stopp größe in etwa 400 punkte jetzt hier ganz grob gesagt gemessen am aktuellen stand und das und das lohnt sich dann nicht mehr wirklich mit blickrichtung hier auf targets die da oberhalb sind weil dann ist auf der oberseite bis beim future sind es ein bisschen mehr noch das sind dann 16.600 lass es 700 sein dann haben wir 350 nach oben 400 nach unten finde ich auch nicht so ganz so attraktiv aber wenn ihr gar nichts anderes machen wollt naja macht zumindest irgendwie dass ihr irgendwie ein stopp mechanismus mit einbaut ich halte es also nach wie vor möglich dass der kurs noch weiter läuft aber wie gesagt und das ändert sich nicht rechnet mit diesem rücksetzer und ich betone es noch mal wenn ich sage rechnet damit heißt das nicht der kommt jetzt sondern plant das einfach mit ein wisst dass das passieren kann und sichert euch entsprechend ab entweder durch engere stops damit ihr das nicht überlebt damit ihr rechtzeitig frühzeitig rausgeht oder mit weiten stops damit ihr das überlebt ja aber kalkuliert das mit ein für welche entscheidung oder für was ihr euch da entscheidet völlig okay beides ist grundsätzlich nachvollziehbar ist grundsätzlich in ordnung aber kalkuliert das bei euren überlegungen mit ein dieser rücksetzer wird früher oder später kommen und nachdem wir so weit gestiegen sind vermute ich dass es nicht mehr ewig dauert allerdings dieses hoch kann durchaus sein dass wir das noch mal angreifen das ist beim dow jones nämlich tatsächlich so passiert der hat es jetzt tatsächlich geschafft wenn wir hier im wochenschart gucken beziehungsweise hier auch auf tagesebene sehen wir dass wir das jahres hoch hier schon durchstoßen haben ja das letzte hoch was noch ein bisschen höher ist das ist aus letztem jahr dass das allzeithoch was wir bisher hatten und hier ist auch der verdacht nachdem wir so weit schon gestiegen sind naja greifen sie das noch an es ist noch ein stückchen hin aber im moment sehe ich auch beim dow noch keinen echten versuch hier nach unten also aktiv zu shorten halte ich für aktuell nicht sinnvoll es gibt keine indikationen egal in welchem chart ihr im moment guckt für aktive shorts es gibt immer mal wieder so versuche zum beispiel diese bewegung hier ich gehe jetzt noch mal bewusst zurück blenden noch mal was aus was heute nachmittag passiert ist und wenn ich mir diese bewegung angucke dann würde man durchaus durchaus auf die idee kommen das ist eine impulsbewegung nach unten wenn es korrektiv hoch geht dann kann man aktiv sogar auf die short seite wechseln aber erst nach der korrektur und wenn das ganze getriggert ist denn dann habt ihr einen vorteil dann seht ihr ja ist es denn korrektiv hoch gegangen und dann seht ihr es geht nicht korrektiv hoch ihr könnt also sehen weil viele immer wieder ich muss das immer wieder betonen ich hoffe ich langweile euch damit nicht weil viele sagen man sieht das erst im nachhinein naja sagen wir mal so ich weiß doch es müsste korrektiv entweder a b c hier hingehen und nachher hier durchstoßen oder es müsste alternativ mehrfach wackeln in die mitte ungefähr rein und hier durchstoßen für ein short das weiß ich zu diesem zeitpunkt schon ich habe keine ahnung wie er das macht das weiß die zukunft kenne ich auch nicht weiß aber wie es aussehen müsste damit es mir gefällt und dann sehe ich dass der markt so was macht und das ist ja weder das eine noch das andere okay damit ist die short seite für mich gedanklich gestorben so sehr ich hier vielleicht auch wenn ihr mit mir um diese uhrzeit hier mit mir gesprochen hättet irgendwo hier unten 15 uhr dann hätte ich euch gesagt guckt mal ob wir nachher nicht nur ein short machen aber der markt hat gesagt nee nee brauchen wir nicht also ist das thema erledigt also man kann solche sachen durchaus erkennen zusammengefasst dax und dow jones sind aktuell überhaupt nicht in irgendeiner form auf den trichter die abwärts seite zu spielen behaltet es im hinterkopf kopf sie wird passieren sagt dann nicht das wusste man ja nicht dass das früher oder später mal passiert aber ihr müsst jetzt nicht aktiv auf die short seite wechseln wenn ihr long seid zieht ein stop hinterher auf irgendwelchen kleineren zeitebenen hier zum beispiel so so irgendwie was stunden chart vier stunden chart tages chart wenn ein bisschen langsamer unterwegs seid zieht einfach hinterher und freut euch über jeden tag der weiter klettert und wenn ihr nicht drin seid achtet darauf ob ihr hier longsignale kriegt schub hoch wackelig runter wenn ihr dann unbedingt noch mal einsteigen wollt ihr müsst dann aber aus meiner sicht auf eine kleinere zeitebene gehen weil im großen sieht man es tatsächlich nicht dann habt ihr nämlich auch keine stopp variante keine vernünftige ich habe angefangen angefangen und eingeleitet mit dem stichwort die blue chips machen es was machen denn die nicht blue chips naja wenn wir uns den s&p angucken der s&p ist ja ein titel da hatten wir jetzt eine short überlegung mit drin eigentlich in anbetracht dessen was es beim nasdaq gab nasdaq war sogar noch früher nur da war ich etwas zu spät das konnte ich euch nicht mehr zur verfügung stellen fangen wir mit dem nasdaq an der nasdaq hat sein hoch bereits gesehen sein jahres hoch zumindest mal das allzeithoch noch nicht das ist auch noch ein stückchen entfernt aber er hat zumindest mal sein jahres hoch hier schon gesehen und er hat im zuge dessen hier eine umkehr kerze gebracht und tatsächlich ist jetzt hier so ein bisschen schon auf der roten seite also auf der abwärtsseite unterwegs man hat so ein bisschen den eindruck da ist jetzt ärger angesagt wir müssen damit rechnen dass der kurs schwäche zeigt also jetzt vorläufig eher nach unten geht das muss nicht ewig gehen aber wer hier geshortet hat das ist durchaus ein valider handelsansatz hier die abwärtsseite mit chancen hier unten das muss nicht unbedingt passieren kann sein dass er auf halber strecke verhungert aber da müsste man dann gucken inwieweit man die stops hinterher zieht noch würde ich da nicht so eng sein denn noch ist das ein abwärtssignal was immer noch völlig valide ist und dementsprechend noch ein bisschen potenzial nach unten hat da gehe ich dann nicht mit dem stop schon enger nach das sind nämlich die tag titel hier also da sind wir nämlich genau an dem punkt nasdaq tag titel gar keine frage und jetzt kommen wir auf den s&p und da hatte ich ja das signal signal noch gegeben das signal hier ebenfalls eine umkehr kerze immerhin im bereich dieses zwischenwiderstands es ist nicht das allzeithoch und es ist auch noch nicht das jahreshoch hier aber es ist in anbetracht dessen dass der s&p ebenfalls sehr tag lastig ist von der gewichtung und dass wir zumindest in einem widerstandsbereich sind und so eine umkehrzone bekommen haben so ein umkehrsignal bekommen haben eine idee für die abwärtsseite im moment ist der markt leicht oberhalb also wieder wieder höher gegangen ein bisschen aber solange der kurs nicht da drüber geht ist diese idee grundsätzlich noch valider ob die gut geht oder nicht weiß ich nicht ich weiß aber das bisschen riskiere ich und das bisschen hätte ich fast gesagt und diese gesamte strecke ist das was ich auf der gewinnseite haben will das heißt ich habe ein recht gutes crv wenn es nicht gut geht naja dann habe ich relativ wenig riskiert wenn es gut geht habe ich recht viel verdient die chancen selbst wenn sie nur 50 50 sind bieten mir im endeffekt genügend spielraum damit positiv zu landen also anzeichen für shorts gibt es allerdings ausschließlich im moment in dem eher tech lastigeren bereich nicht bei den blue chips da gibt es noch null anzeichen daraus na gut also ein short versuche immerhin hier bei s&p und nasdaq aktuell die ziele sind klar definiert eigentlich das zwischenhoch was wir hatten im oktober beispielsweise der ist fibonacci zone fängt dort an also das ist so ein bisschen der mindestbereich in dem ich mir das durchaus vorstellen kann für die intraday freunde die jetzt im intraday chart auch mal gucken wollen muss ich allerdings sagen das bild sieht alles andere als eindeutig aus ja also man sieht wie zerrissen die marktteilnehmer noch sind wir hatten gestern schon über dieses teilstück hier gesprochen diese abwärtsbewegung hier hatten wir eine korrektive gegenbewegung und tatsächlich ungefähr das was wir hier vorne haben da hinten nochmal naja es hat nicht ganz gereicht der kurs ist vorher verhungert allerdings war weder der teil optimal denn der hat auch hier überschneidung und auch dieser teil fing schon an überschneiden zu sein also wer das tatsächlich genutzt hat ist nicht in der eigentlichen überlegung impuls also eine linie oder ohne korrekturen runter wackelig hoch und danach nochmal runter das war vorne schon wackelig hinten nochmal wackelig dementsprechend ist ja auch nicht weit genug gekommen das sollte nicht wirklich überraschen jetzt aktuell ist der kurs wieder nach oben geschnellt also insofern aufwärts jetzt wieder aber sehr impuls optisch impuls mäßig abwärts also man sieht dass dann wieder impuls mäßig aufwärts hier wird noch gekämpft ganz klar beim s&p im intraday bereich kann man ganz klar sagen fünf minuten bereich da wird von beiden seiten noch gekämpft die bullen versuchen immer noch die aufwärtsseite zu pushen man sieht das an steilen aufwärtsflanken immer wieder recht steile aufwärtsflanken die wir da mit drin haben und man sieht dass das allerdings die abwärtsseiten stärker werden frecher werden gut da vorne hatten wir auch schon mal so erste versuche aber ihr seht der anstieg lässt nach diese pusher die wir da im vorderen bereich haben die sind da jetzt nicht mehr so richtig zu finden also man hat den eindruck als ob wir hier vorläufig in der pause sind es ist denkbar allerdings ich halte das nicht für außergewöhnlich dass der kurs möglicherweise auch erstmal nur einen kleinen rücksetzer noch macht und anschließend noch mal nach oben das muss bei dieser short überlegung gegebenenfalls noch betrachtet werden also früher oder später muss man überlegen ob man tatsächlich die den stopp danach zieht um zu sagen okay wenn es jetzt nicht macht dann schließen wir es halt wieder er hatte seine chance für einen zügigen rückmarsch wenn es dann tatsächlich nicht macht gut dann wird das wieder geschlossen dann soll er halt die letzte aufwärtsbewegung machen soll sich damit das jahres halt nicht das allzeit jahres auch das jahres hoch noch mal holen und anschließend in die pause gehen ich halte das ebenfalls für ein valides bild also das ist etwas was man entsprechend handeln kann wer sich jetzt wundert und sagt aber das ist doch gegenläufig die idee dass er hier rein läuft oder die idee dass er nur ein bisschen runter kommt und vorher noch mal nach oben das sind doch zwei völlig unterschiedliche bilder und ich weiß dass einige dann natürlich nachvollziehbarer weise sagen ja da lässt sich der analyst wieder alle wege offen und nachher sagt da habe ich euch ja immer gesagt und der händler in mir der sagt euch es gibt diese beiden varianten die sind beide nachvollziehbar sind beide auch nicht untypisch und ich als händler muss jetzt die gestaltung so vornehmen dass es für mich vorteilhaft ist sprich wenn es diese weite entfernung ist ist das meine gewinnseite dass meine verlustseite und schon kann ich sagen okay das risiko kann ich eingehen nehmen wir mal an es ist 50 50 zwischen erst noch mal hoch oder erst noch mal runter kann ich sagen bei einer 50 50 chance riskiere ich viel weniger als ich gewinne das heißt jawohl dieser trade geht in ordnung wenn es die aufwärtsbewegung ist mal gucken vielleicht kann man intraday diesen long machen wenn das bild deutlich ist im moment sehe ich das hier nicht das haben wir hier eben schon besprochen das sieht nicht so deutlich aus wenn er wirklich diese long bewegung macht würde ich wahrscheinlich lieber erst mal das abwarten dass er die fünfte welle noch mal macht wer mag oder wer es im intraday bereich sieht vielleicht sehen wir es ja auch gemeinsam in einem der nächsten index updates dann werde ich darauf natürlich eingehen wenn wer das nicht sieht der weiß aber danach kommt eine korrektur oder eine stärkere abwärtsbewegung denn wenn wir hier mit den fünf wellen irgendwann mal durch sind ist es mehr als typisch dass der weg dann entsprechend dreht das ist beim nasdaq ich springe jetzt hier immer so ein bisschen hin und her relativ ähnlich wenn auch der nasdaq jetzt doch noch mal einen direkten weg nach oben machen sollte ausgeschlossen ist es nicht aber ihr seht im 5 minuten chart stärke ist das auch nicht sind im gegenteil die flanken nach unten im moment die stärke also beim nasdaq würde ich eher noch als beim s&p die abwärtsseite favorisieren also insofern beides geht da der nasdaq aber eigentlich wegweisend auch für den s&p ist bin ich der meinung ist das durchaus eine überlegung die man auch beim s&p entsprechend umsetzen kann so 100 prozent entschieden sind die märkte also noch nicht aber wir sehen schon dass zumindest mal die nicht blue chips die der tech markt wenn man so will dass der schon ein bisschen auf die abwärtsseite tendiert erste deutliche schwäche signale bietet wir sehen das auch bei großen titeln wenn ihr mal guckt beim nasdaq bei den magnificent magnificent so heißt es magnificent seven sind schon deutliche rücksätze alphabet ist deutlich runtergegangen auch apple ist zumindest mal in pause modus gegangen da sind so einige dabei die da auf dem dreh sind und dafür sorgen dass hier keine stärke im moment stattfindet das bild ist eigentlich auch bei einzelnen titeln erstmal einigermaßen konsistent aber die blue chips das heißt die titel die nicht so tech lastig sind die eher zuverlässig sind sagen wir mal so die sind weiter im moment auf dem aufwärts arm und lassen sich offensichtlich noch nicht da in die enge treiben so ich will euch jetzt nicht länger hier in die enge treiben sondern euch ein wunderschönes wochenende wünschen wir sehen uns beim nächsten index update wieder bis dahin macht's gut ciao ciao